Hi bei MobileCheck, heute mal wieder mit einem Unboxing und Ersteindruck Video, dieses Mal zum Xiaomi 12. Wir packen das Ganze aus, schauen was mit dem Umfang enthalten ist und wie das ganze Gerät im ersten Eindruck wirkt. Also, los geht's! Und hier haben wir Verpackung vor uns. Ganz normal, wie man es von Xiaomi kennt, ganz schlicht in weiß. Hier die 12, Xiaomi 12, Hamann Cardone, der Partner und so weiter und so fort. Aber blibla blub, öffnen wir das Ganze. Wenn ihr feststellt, das Ganze war schon geöffnet, bescheißt er uns? Nein. Das Ganze kommt dankenswerterweise von Trading Shenzhen. Ein Link dazu ist unten in der Beschreibung. Denn diese testen das Gerät vorab, bevor es losgeschickt wird, wenn ihr es dort kauft. Darauf, ob das Ganze auch reibungslos funktioniert, dass ihr nicht gleich sofort ein Problem feststellt, das Ganze zurückschicken müsst, ewig warten müsst, bis das Ganze garantiemäßig geregelt ist. Und dann, dass ihr das Gerät kriegt und so weiter und so fort. Also ganz praktisch. Und, was auch praktisch ist, wenn ein Play Store installiert werden muss, weil es noch die chinesische Software ist, was es hier auch ist, denn es gibt noch keine globale Version davon, wird aber mit Sicherheit kommen, aber gibt es noch nicht, dann installieren sie schon mal den Play Store vorab für euch vor. Und was haben wir hier? Wir haben hier, außer meinem Lüfter, den man hoffentlich nicht so arg hört vom iMac, haben wir hier natürlich SimEjective Tool. Weniger spannend. Dann, wie man es oft gesehen hat bei Xiaomi, oder vielleicht sogar immer, ich weiß gar nicht genau, eine transparente Silikonhülle. Und, was ist das? Keine Ahnung. Ich lege es mal hier auf die Unterlage, dass ihr es sehen könnt. Ja, schon. Es zeigt Lautsprecher und so weiter vom Smartphone, aber das macht für mich jetzt gar nicht so viel Sinn. Wenn ihr wisst, was das soll, dann schreibt es mal in die Kommentare, denn das interessiert mich tatsächlich. Habe ich so, meine ich, noch nicht gesehen. Aber gut. Das dazu, das Smartphone legen wir auf die Seite. Was haben wir hier unter diesem Karton? Einmal das Netzteil, ist in diesem Fall ziemlich schnell. Und zwar, kann man es sehen, 67 Watt. Das Ganze kann man natürlich auch kabellos laden. Und zwar mit schnellen, aber ich gucke gerade nach, mit schnellen 50 Watt. Das ist kabellos wirklich extrem schnell. Dann haben wir noch ein Kabel natürlich. Einmal von USB Typ A auf USB Typ C. Aber gut. Weniger spannend. So. Auch der Karton ist weniger spannend. Und kommen wir zum Smartphone. Hier ist das, das Xiaomi 12. Und wir machen das weg und schauen, wie es wirkt. Die Farbe ist jetzt keine Farbe, für die ich mich entschieden hätte. Aber ja. Das ist sie eben. Der Aufkleber wird auch nicht benötigt. Erinnert mich auf den ersten Eindruck ein wenig an das Huawei Nova 9, war es glaube ich, von einem meiner letzten Videos. Aber fühlt sich hier hochwertiger an, denn es sollte echtes Gorilla Class Victus sein. Und es fühlt sich auch wirklich hochwertig an. Das kann man sagen. Ist matt, schimmert, wäre es silbern oder lila leicht. Das Kameraelement ist so silbern. Kann man das sehen. Rakt auch ziemlich stark aus dem Gehäuse raus. Finde ich jetzt designmäßig auf Bildern schöner als in echt. Aber gut. Der Rahmen ist ebenfalls matt. Mattes Aluminium. Hat oben einen vollwertigen Lautsprecher. Und unten einen vollwertigen Lautsprecher. Das sieht man sehr selten, aber bei Xiaomi sehr oft. Und finde ich wirklich löblich. Der Rahmen, doch sieht doch ziemlich geil aus. Der matte Rahmen, muss ich sagen. Gefällt mir. Auch von der Dicke her sieht es sehr elegant aus. Kann man nichts dran meckern. So macht es doch einen guten Eindruck. Das Display natürlich vorne. Das 6,28 Zoll große AMOLED-Display. Hat 120 Hz an den Seiten gecurved. Wie man es auch schon von so vielen anderen Geräten kennt. Machen wir es einfach so. Eine Punch-Jowl in der Mitte. Kommt mit vorinstalliert mit einer Folie. Und ist wirklich, wie von Xiaomi versprochen, handlich. Es ist in der Höhe, jetzt kein wenig kompaktes Smartphone, aber in der Breite. Und die Breite ist für die Bedienbarkeit wirklich wichtig. Und da fühlt es sich wirklich gut an. Wirklich Schmal liegt wirklich, wirklich gut in der Hand. Das kann ich schon mal sagen. Machen wir das Ganze an. Und in der Zeit, in der das Ganze hochfährt, noch ein paar Daten. Wir haben hier 179 Gramm. Dann haben wir ein AMOLED, habe ich schon gesagt. Mit einer Auflösung von 2400 mal 1080. Das ist ein Verhältnis von 20 zu 9. Und haben hier eben 6,28 Zoll. Und als Betriebssystem Android 12 mit MIUI 13 verbaut haben wir ein Snapdragon 8 Gen 1. Also der Nachfolger des Snapdragon 888. Und der ist somit der aktuelle Top-Prozessor im Smartphone-Bereich, was Android angeht. Da gibt es Stand heute nichts Besseres. Kann natürlich schnell gehen, aber heute gibt es nichts Besseres. Interner Speicher ist 128 GB mit 8 GB Arbeitsspeicher. Oder 256 GB interner Speicher mit 8 GB Arbeitsspeicher. Oder 256 GB interner Speicher mit 12 GB Arbeitsspeicher. Der Speicher ist UFS 3.1. Die Kameras hinten, ich gehe einmal kurz die Specs durch. 15 Megapixel Hauptkamera, 13 Megapixel Ultraweitwinkelkamera, 5 Megapixel Telefoto Makro, wie es hier heißt. 50 Millimeter Brennweite. Das heißt, fast genau die doppelte Brennweite der Hauptkamera. Dann, Akku ist 4500 mAh groß. Was wirklich groß ist für ein Smartphone, das sich so schlank und so dünn anfühlt. Und hat einen im Display integrierten Fingerabdrucksensor. So. Das dazu. Und ich muss sagen, die Displayränder gefallen mir... Irgendwie ja, irgendwie nein. Was gefällt mir? Sie sind schlank. Ja, was gefällt mir nicht? Ja, man kennt es eigentlich schon. Die Symmetrie. Oben und unten ist nicht gleich. Das Kinn ist wieder mal dicker. Aber ich hoffe doch sehr, und es gibt schon Anzeigen dafür, dass im Jahr 2022 endlich auch Android-Smartphones rauskommen, die das nicht mehr haben. Klar, es gab auch schon welche, wie zum Beispiel das Pixel 5. Aber das sollte wirklich bald mal komplett der Vergangenheit angehören. Im Flaggschiff-Bereich, wenn ihr mich fragt. Ist vielleicht Meckern auf hohem Niveau und vielleicht ein Pingel-Leak oder sonstiges. Nennt es, wie ihr es wollt. Mir ist sowas wichtig für die Ästhetik. Und ja, ist hier nicht ganz gegeben. Dennoch sieht es gut aus. Und es hat auch wieder die Ohren. Nicht ganz so extrem wie um Xiaomi 12. Könnt ihr es sehen? Es sieht von vorne so aus, als wäre der Radius der völlig verkehrte Radius. Also wäre der Radius hier anders als am Gerät. Ja, finde ich es nicht so geil. Aber ist natürlich wieder Geschmackssache. So funktioniert natürlich das Ganze wirklich flüssig. Es sind eben 120 Hertz, was geil ist. Und aber auch in diesem Segment, in dem das Xiaomi 12 spielt, mittlerweile Standard sein sollte, nach meiner Meinung nach, sein muss. Aber es gibt natürlich auch Hersteller, die meinen, nein, wir brauchen das nicht. Ich finde, ja, ist wirklich ein Muss. Ja, das ist das Xiaomi 12. Ich gehe gerade mal mein Datenblatt durch. Habe ich noch was Wichtiges vergessen? Ich meine nicht. Ja, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, wenn ihr Fragen dazu habt. Oder was Spezielles sehen wollt in einem zukünftigen Video dazu. Ansonsten verabschiede ich mich. Vielen Dank fürs Zusehen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bei MobileCheck. Und Tschüss.